heute begrüße ich euch mit einem wunderschönen thema mit pink rot orange also diese farbmischung macht es aus und diese markenvielfalt die mir gerade bieten die möchte ich jetzt präsentieren ich sage mal in der kürze liegt die wirze und das sind die besten teile bei mir ist ein toller bläser von mos mosch talliert geschnitten von 34 bis 44 dieser bläser passt jeden der auch ein blasser typ ist wunderschöne schals monari t-shirts mit glitzer von 34 bis 46 eine wunderschöne hose von tutsi diese marke ist neu bei uns und einen tollen glitzer schuh von marco tutsi zu dieser tollen hose von tutsi gibt es natürlich einen wunderschönen bläser oberseits geschnitten die größen gehen von 34 bis 48 also wirklich tolle teile wenn ich sage wie mein hosenanzug er sollte ein bisschen legerer sein ganz ideal und was mir ganz wichtig ist sind diese steppjacken von monari die gehen von 34 bis 46 würden über jeden bläser passen wir haben darunter eine tolle rabe steppjacke geht von 38 bis 52 also meine damen wir haben in allen größen diese dieses tolle sortiment und die finde diese farbe die schmeichelt die städtien und die ruft den frühling herbei die hannah trägt die tolle jacke von frida fredis in der mit pink kapuze und natürlich die tolle city back ein bisschen größer rein leder ein wunderschönes monari shirt von 34 bis 46 und eine tolle hose von prax also auf diese hose setzt man sehr viel die ist elastisch geht von 34 bis 48 hat eine tolle länge und gerade so die lässigen oberteile passt die natürlich sehr gut gibt es auch in lila und unseren tollen mako tutsi schon wieder und was mir auch sehr wichtig ist das ist dieser mokasin also das ist ein renner bei uns der ist auch von mako tutsi innen mit leder also super weich ein tolles teil was man auch jetzt zu diesen kombis kombinieren kann ja Jetzt starten wir mit einem wunderschönen Kleid von Veramont. Also diese Kleider gehen von 34 bis 48, ist fluffig leicht, gibt es diese tolle Stohle dazu, natürlich die passende Tasche und wir haben nicht auf die Damen bis Größe 54 vergessen, da gibt es diese Alternative, das wäre ein tolles Stretchkleid mit diesem wunderschönen Chiffon drüber, also kann man ohne Jacke tragen, gibt es natürlich auch die passende Jacke, gibt es den passenden Schmuck, gibt es die passende Tasche und natürlich den passenden Schuh von Marco Totsi, diese Kombi ist traumhaft, die Schuhe gehen von 36 bis 42, die Tasche gibt es in allen Farben, bei der Hanna in Pink, jetzt in Natur, in Schwarz, in Blau und wenn man schaut, wäre dieses Kleid knielang, also es geht leicht übers Knie, also ideal zum Tragen. Es würde auch ein wunderschöner Bläser dazu passen und so machen wir das Outfit komplett. Bei mir ist es eine traumhafte Bluse von Makarell, auch den passenden Schmuck, das was es natürlich wieder ausmacht, da führe mich richtig wohl, das ist fluffig leicht, geht von 34 bis 46 und so. Und ja, wenn man es noch ganz genau nimmt, gibt es auch ein traumhaftes Kleid von Vicario Cinque, die sind knitterfrei, tailliert geschnitten, es gibt einfach Typen, die wollen es ein bisschen edler, schlichter, sage ich einmal und dieses Kleid gibt es in dunkelblau und orange. Mit dieser Kombi sagen wir jetzt für euch, danke, dass ihr wieder dabei wart, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video, auf ein baldiges, eure Silvia Outzinger und eure Hanna Outzinger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.